Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Julian vom Earport Ratgeber und ich begrüße euch zum vorvorletzten Tag des Earport Ratgeber Adventsgewinnspiels. Bald ist Weihnachten und dementsprechend werden die Preise auch immer hochwertiger. Und der heutige Sponsor ist Oppo. Oppo kennt ihr sicherlich von vielen Smartphones, aber auch True Wireless Kopfhörer haben sie einige in den letzten Monaten auf den Markt gebracht, sind frisch in Europa und in Deutschland auf den Markt gegangen, also das ist noch gar nicht so lange her, der Marktstart, und versuchen sich also hier nun zu etablieren und bisher gelingt das ganz gut. Meiner Meinung nach zumindest, was den Kopfhörerbereich angeht, auf jeden Fall. Ich habe so einige Kopfhörer, um genau zu sein, nicht alle True Wireless Kopfhörer von Oppo getestet. Einige haben mir sehr gut gefallen und ich freue mich, dass Oppo in diesem Fall eben drei verschiedene, ne, nicht drei verschiedene, dreimal die gleichen Kopfhörer zur Verfügung stellt, sodass wir drei verschiedene Gewinne haben werden. Ich zeige es einmal kurz, das sind die Oppo, mit dem Licht sieht man das gar nicht. So, die Oppo Enco W31, die Oppo dreimal zur Verfügung stellt und da freue ich mich natürlich ganz besonders. Was ihr zur Teilnahme tun müsst, ist ganz einfach, ihr liked dieses Video, ihr gebt diesem Video, nein, dem Kanal, ein Abo und dann kommentiert ihr, welches Oppo Gerät euch am besten gefällt. Ihr könnt natürlich auch bei Instagram teilnehmen und eure Gewinnchance damit verdoppeln. Die Bedingungen findet ihr bei Instagram. Die gesamten Teilnahmebedingungen findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, ebenso wie den Testberichten ausführlichen zu den Oppo Enco W31. Das war's von mir. Es sind nur noch ein paar Tage bis Weihnachten und genießt Tage, bleibt zu Hause und dann sehen wir uns hoffentlich gesund. Beim nächsten Video wieder, euer Julian vom Earport Ratgeber.